Ich brauche dieses Medipack, ich habe Heilung nötig. Okay, ich habe glaube ich noch eins. Ich habe 25 kleine, aber ich würde dieses Medipack trotzdem gerne haben wollen, weil ich keine Lust habe, irgendwann in irgendeinem Level gar kein Medipack mehr zu besitzen. Das wäre dezent scheiße. Boah, einfach ein, was soll das wissen? Die sind so asozial. Ich meine, gut, man hätte sich schon fragen können, warum positioniert man ein Medipack auf so ein Podest, aber man kann ja sagen, hey, in allen Erden. Das ist einfach nur mega fies. Überall, selbst von der Decke. So, ich will, oh, ich möchte gerne meine Fackel wieder haben. Danke, oh, ich höre den Bullen, als ob der direkt neben mir wäre. Ich glaube, ich brauche die Fackel nicht mehr, weil ich komme ja mit der nicht mehr nach oben. Die Soundeffekte sind schon gut, da kann man nicht meckern. Ja, ich glaube, das war es mit dir, oder? Ne, man kann. Gut, Fackel. Auf Wiedersehen. Okay, die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, ich habe ein Secret entdeckt. Nicht, da ich darüber nicht dankbar wäre, aber... Ja, ich hätte mir was anderes erhofft. Der Bulle rennt hier irgendwo rum. Er ist rattig auf. Blauer! Er ist in Paarungsbereitschaft. Oh Gott, nein. Renn nicht so hinterher. Renn mir nicht so hinterher. Wohin muss ich überhaupt? Kriege ich die Türen eigentlich auf? Kriege ich die irgendwie auf? Kann ich die zerballern? Kann sie das nicht irgendwie aufmachen? Ja, genau. Komm von der Seite an. Seht ihr? Dafür brauche ich das große Medipack. Wartet mal. Ich habe eine... Ich habe... Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Ne, der kommt von der Seite. Komm. Komm her. Komm her. Komm her! Jetzt komm her. Komm her. Kannst du die Tür aufmachen? Ja. Ramm mich weg. Oh, ah! Oh, das wollte ich nicht. Äh. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen dezent. Oder was ist das? Und jetzt her. Komm her. Komm genau her. Genau her jetzt. Scheiße! Dann funktioniert das nicht. Ich dachte, er kann die Tür auframmen. Auframmen. Ey, gibt's... Es gibt doch keine andere Variante. Kannst du die Tür aufmachen? Ich glaube, das funktioniert generell nicht. Fick dich! Ich bin durch sie durchgesprungen! Als ob mir sein Schwanz so sehr wehtun könnte, dass ich verrecke. Jetzt ernsthaft. Ich glaube, meine Theorie stimmt nicht. Ich glaube, Co-Design ist nicht so krank, dass meine... Oh Gott. Dass diese... Huh! Dass diese Theorie, die ich habe, dass er die Tür aufmachen könnte, stimmt, weil... Ich meine, wo sind wir denn hier, ja? Äh, ein Tomb Raider ist ja das Schlimme. Das Problem ist, ich muss ihn dazu kriegen, parallel. Wenn das funktioniert. Komm her, komm her, komm her. Scheiße! Komm, das muss funktionieren. Sagte sie und probiert es drei Stunden ohne Erfolg. Jetzt, jetzt, genau, hierhin. Genau hierhin. Komm, das sieht doch so aus. Es wird... Scheiße! Komm schon, komm schon. Das sieht doch gut aus. Du musst genau mit so einem Ramming-Speed... Nein, das ist kacke. Du musst mit so einem Ramming-Speed hierher kommen. Kannst du das, bitte? Aber von hinten. Ich sagte von hinten! Ich möchte, dass ihr sexuelle Assoziationen bitte lasst. Ja, genau. Jetzt hierhin. Hierhin. Genau, genau. Brav, brav. Und? Scheiße! Komm, das ist doch wohl nicht so schwer, diese scheiß Tür aufzuräumen. Du bist ein Bock. Du musst das können. Das ist doch das, was du den ganzen Tag machst. Rumrammeln. Jetzt. Genau parallel. Hierhin. Das funktioniert irgendwie nicht. Okay, gibt's einen anderen Weg, den wir hier irgendwie bestreiten können? Vielleicht gehen ja diese Türen auch nicht auf. Ja, genau. Echt? Oh Gott. Oh Gott! Wo ist er denn? Da ist er. Und jetzt her. Genau. Hierhin. Hierhin, Kitty, Kitty. Hierhin. Uh! Ist das da... Ich glaub, das will nicht funktionieren. Aber es muss! Ich glaube daran. Ich glaube an das Gute, Lara. Hä? Ja, genau. Das sieht man ja auch, dass es immer wieder funktioniert. Ich höre Käfer. Oh Gott. Vielleicht ist es auch nur Paranoia von mir. Ich höre irgendwas Summen. Das ist doch nicht normal. Scheiße. Ich höre Fledermäuse. Die Tür. Guck mal, das ist die Tür des Todes. Komm hierhin. Hat zu... Uah! Ich bin ein Genie. Aber nur heute. Okay. Naja, jetzt will er wieder diese Scheiß. Du... Du stirbst, weil du durch ihn durchspringst, Mann. Du stirbst auch nicht, wenn du durchs Gras durchspringst. Da kommt höchstens ein wildes Pokémon. Aber du stirbst doch nicht. Jetzt mal ehrlich. Ja. Ja, genau. Scheiße. Ach Gott. Ha! Ausgewichen. Weg hier. Wiedersehen. Ich hau ab. Ich mache Urlaub. Ich mache... Och, du Scheiße. Äh. Okay. Ein Riesenraum. Viel Spaß. Gut. Es ist nicht das, was ich denke, oder? Er muss jetzt nicht ernst... Es ist genau das. Herzlichen Glückwunsch. Er muss jetzt diese Dinge auch noch einrahmen. Das heißt, wir müssen diesen Bobo auch noch benutzen. Ja, um zu sterben. Nein, wir müssen diesen Vogel benutzen. Es ist nicht mal ein Vogel. Aber wir müssen ihn benutzen. Damit hier dieser... Dinger! Ein Rammt. Ich kann nicht mal aus... Aus... Ne. Ich kann nicht mal rechtzeitig ausweichen, weil ich ihn nicht sehe. Verdammt. Das ist unmöglich. Naja, so funktioniert es auch. Wir müssen uns nur umdrehen. Komm her. Komm her. Genau. Und... Du sollst nicht durchglitschen, du Vieh. So, die Scheiße ist, ihn jetzt parallel hier hinzukriegen. Also direkt gegenüber. Wenn er jetzt von der Seite ankommt... Ist jetzt ein Doof. Okay, einfach stehenbleiben. 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 Genau. Und jetzt hier. Genau. Genau. Perfekt. 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 Komm her. Komm her. Ja, danke. Danke, danke, danke. Dass du Lara rammeln willst. Nein. Nein, das ist nicht gut. Jetzt bist du parallel. Komm her. Dreh dich hier hin. Danke. Nein, nicht zurücklaufen. Du sollst keinen Rückwärtsgang einlegen. Oh! Ja, jetzt, jetzt. Okay. Ja? Ja? Und jetzt mit vollen Speed. Komm her, ja! Es klingt, glaube ich, ein bisschen pervers, wie ich mich hier abstöhne, wenn er mich rammt. Aber ja, er hat sich eine Tür aufgetan. Ich bin zu früh weggegangen. Und jetzt. Fick dich! Komm schon. Komm schon. Es ist doch nur noch eins. Wo bin ich? Wo ist er? Er ist hier. Okay. Stopp. Nein, er muss direkt gegenüberstehen. Er muss richtig ein volles Kararo geradeaus. Okay. Weg. So. Jetzt aber. Lara? Nicht sterben! Okay. Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Ich hab's geschafft. Bye, bye! Ich benutze dich nie wieder. Ich hoffe, ich muss dich nie wieder benutzen. Ich hoffe, ich bin nicht jetzt los. Leuchte, leuchte! Oh, nein, er folgt mir! Er folgt mir! Ha, ha, ha! Leiter, Leiter, Leiter! Halt dich da fest. Komm, klick doch. Tschüssi! Es sei denn, du kannst jetzt fliegen, dann wäre es natürlich schlecht. Aber gut. Erstmal Sicherheitsspeicheraufstand. Ähm. Ich hoffe, es kommen jetzt keine weiteren Rätsel, weil langsam hab ich keine Lust mehr auf Rätsel. Ich möchte eigentlich nur, dass wir diesen Abschnitt beenden. Ich sag ja nicht, dass es scheiße gemacht ist, dass man diesen Bock benutzen muss für meine Zwecke. Aber was ich sage ist, scheiße, zurück, ist, dass ich, ähm, äh, ne, einfach ne, das ist nicht mein Level. So. War das jetzt wirklich die Tür, um Medi-Packs zu finden? Ich bin dankbar für jedes Medi-Packs, wo es ist jetzt nicht näher. Aber, äh, ich muss doch bestimmt hebeln, ein Artefakt, ne Tür finden, ne Kiste, keine Ahnung, irgendwas. Okay, wir können ja einmal oben rumlaufen. Ja, Bock. Ich muss irgendwas machen. Irgendwas muss ich finden. So. Mein Handy hat nur gerade... ...geleuchtet. Okay, das sieht verdächtig aus. Muss ich auf den Kronleuchter schießen? Da drüben war ich ja schon. Das heißt, ich nehme mal an, ich muss jetzt runter. Runter! Ein Pixel leben. Äh, wo ist die zweite Tür? Da. Da war ich noch nicht drin. Das sieht jetzt mal richtig aus. Einfach schnell weg hier, schnell weg hier. Selbem Prinzip. Leiter! Leiter! Hey! Ich, ja, diesmal bauen sie es anders auf, um kreativ zu sein. Es geht noch einmal mehr um die Ecke. Schnell weg hier. Bevor dieser Bock ankommt und Lara rammeln will. Auch wenn es pervers klingt, aber ihr wisst... Einfach nach dem Kronleuchter. Hands auf deinem Kopf. Take me to von Krooy. Where's he headed? You waste your time. This attitude problem. You people need to learn some manners. Tell me now. Or you've just run out of time. Alexanderia. Your workforce is about to be delayed. See you leave for seen. Oh I'll be tardin. I'll be tardin. Super